Na du? Ach man, jetzt hab ich... Wo ist er denn jetzt schon wieder? Ey, ja, es... Kommt hier keine Meter vorwärts. Wollte dass der hier eben gleich... Alter, du bist so behindert. Mensch, jetzt geh doch hier den E-Block hoch. Und mach das Fieder fertig. Ja, nee, musst mich hier nicht rumschieben. Jetzt hängt es schon wieder. Und flupp. Flupp. Bin ich hier schon in der zweiten Aufnahme? Muss ich mal schnell gucken. Ja, dürfte ich eigentlich schon sein. Hm, hm, hm. Ach, hier muss doch irgendwo ein Höhleneingang sein. Das gibt's doch nicht. Och, ich hab dir so eine blöde Welt ausgesucht. Ey, echt? Warum hab ich mir genau diese Welt ausgesucht? Äh, das sieht ja auch mal geil aus. Ey, das ist auch mal cool. Hä, hat er sich gerade geportet? Aha. Ja, er kann sich anscheinend teleportieren. Er ist ein heimlicher Enderman. Nein, der Namenloser kann sich also teleportieren. Ich hab schon so viele Rippen gebrochen. Aber da leg ich mir mal ein Fleisch drauf und dann heilt die Wunde wieder. Ich hab' immer zu viel Öffnen dabei. Hm, wo ist er denn? Ich hab' einen Kostnerblick in seinen Momentan. Äh, ist die Taste? Ich kann sie den Momentan nicht öffnen. Ah, eine halbe Stunde später geht's auf. 49 Distanz, 49. Okay, da hinten. Hallo? Sieht aus wie ein Eins. Ein Eins in der Erde. Du bist die Nummer Eins. Ach, immer wieder brechen wir an der selben Stelle das Knie. Warum kann ich mich nicht merken? Ach, man, ich dachte, geht's jetzt in die Höhle. Oder geht's da runter? Ne, geht's nicht. Ich geh jetzt einfach weiter, in der Hoffnung, dass er sich wieder teleportiert. Oh, das sieht doch mal cool aus mit dem Baum. Screen. Ah, er teleportiert sich also wirklich. Und der Baum da oben sieht cool aus. Der sieht irgendwie aus wie ein Zeppelin. Ja, einige werden jetzt denken, Was kennt denn der für Zeppeline? Ja. Die sehen bei mir so aus. Ja, ja. Und Höhleneingang, Höhleneingang, Höhleneingang. Ja. Oh, ich fall vor Freude gleich runter. Ich baue hier das Gedöns ab. Das Eisen, das hole ich. Mache Licht. Mein Freund, der teleportiert sich wieder durch die Gegend. Hätte ich das in Original Gothic auch gekönnt, wäre ich in 5 Minuten fertig gewesen. Ich meine, ohne zu scheaten. Apropos Gothic. Darauf hätte ich jetzt auch irgendwie Lust. Aber das läuft auf meinem PC zur Zeit nicht richtig. Da muss mein PC nochmal weggeschafft werden, weil mein PC dauert was nicht hin. Deswegen gehen keine Spiele weiter außer Minde-Kraft. Wo ist noch Minecraft? Deswegen muss ich den... Wird der mal weggebracht. Naja. Damit das sich mal ändert. Hier, du, du kannst schon mal sterben. Oh. Und alle, die die Gothic kennen und das cool finden oder irgendwie anders, die können mal in den Kommentar reinschreiben. Das würde mich mal interessieren, wie viele das Spiel kennen. Und nicht vergessen, an alle anderen, ihr könnt mir in den Skin schreiben, den ich verwenden soll. Einfach in die YouTube-Kommentare schreiben. Zum Beispiel den Herobrine-Skin. Und dann nehme ich den Skin von Herobrine. Und lasse mir noch ein paar Sätze einfallen und renne dann mit dem rum. Ich staune, dass der hier noch keine Sätze gesagt hat. Oah. Nee, du musst hier nicht mich... Ich habe gerade einen Creeper zünden gehört, aber ich kann es mir auch eingebildet haben. Ich will jetzt nicht zu viel schichten, deswegen schiebe ich mir jetzt keine Fackeln. Weil dann wird es ja auch langweilig. Auch auf eine Let's Show wird es dann langweilig. Aber Eisen habe ich. Ich muss es abbauen. Ich muss es bekommen. Ich brauche es. Ich habe gerade irgendwelche komische Musik gehört. So. Zack. Kohle. Hier ist für mich nicht runter. Definitiv nicht. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Licht. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, wow, wow. Hm. Dieser Weg ist blöd zum Hochlaufen. Es war ein Fehler. Diesen Weg zu wählen. Aber... Aber... Es ist zu... Au. Alter. Ich habe mich erschrocken. Jetzt habe ich noch mal erschrocken. Ja, stirb. Ja, 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 ja. Aua. Ah. Ha, 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 ha. Oh ja, den habe ich so platt gemacht. Ohne Freund. Schließlich, letztendlich schaue ich ja ja nicht den Freund, man.